Viertes Sprachmuster. Die Präsupposition. Präsuppositionen sind Vorannahmen. Man könnte sie auch als unhinterfragbare Aussagen bezeichnen. Worum es geht, werden Sie gleich im Satzbeispiel spüren. Ich bin ein Verkäufer von Werkzeugen und beginne das Verkaufsgespräch mit folgender Einleitung. Herr Kunde, möglicherweise haben Sie den perfekten Handwerker in sich noch nicht entdeckt. Mit unseren Werkzeugen, ja, da werden Sie das sofort tun. Warum beginne ich so? Hier nehme ich an, dass ein perfekter Handwerker in Ihnen steckt. Würde ich zu Ihnen sagen, Sie, ja, Sie sind doch ein perfekter Handwerker und perfekte Handwerker brauchen unsere Bohrmaschinen. Ja, dann reagieren Sie möglicherweise mit Ablehnung. Auch wenn Sie diese nicht offen sagen oder auch nur denken, ich, ich bin nur kein perfekter Handwerker. Sicherlich nicht. Tun wir doch einfach so, als würden wir es offen lassen und Sie merken vermutlich gar nicht, dass ich Ihnen suggeriere, Sie seien ein Spitzenhandwerker. Sie erinnern sich an den kritischen Filter? Dieser sagt uns nun, ja, wohl möglich ist das so. Das kann ja durchaus sein, dass so ein Handwerker in mir steckt. Die, die im Verkauf tätig sind, haben hundertprozentig schon einmal diese Technik der Implikation in der Praxis eingesetzt. Bewusst oder unbewusst? Es gibt dazu viele, viele Beispiele. Denken Sie an einen Immobilienverkäufer, der zu dem Kunden sagt, ja, welches Haus ist nun das bessere für Sie? A oder B? Ja, so fragt der gute Verkäufer. Ein wenig erfahrener Verkäufer, um es mal vorsichtig auszudrücken, der könnte fragen, ja, kaufen Sie das Haus jetzt oder nicht. Auch hier impliziert die erste Variante, dass der Kunde grundsätzlich ein Haus kauft. Die Frage ist nur, ob es das Haus A oder B ist. Also bitte immer Alternativfragen stellen. Oder Beispiel aus der Finanzdienstleistung. Herr Kunde, möchten Sie jetzt eine Risikolebensversicherung oder eine Kapitallebensversicherung? Gleiches Muster. Wir gehen davon aus, er will grundsätzlich eine Lebensversicherung abschließen. Sie könnten auch eine Frage voraussetzen. Beispiel. Ich frage mich, für welches Produkt Sie sich heute entscheiden. Also, hier ist die Voraussetzung, Sie werden sich entscheiden. Und zu guter Letzt noch ein Beispiel. Ich bin ein Verkäufer, der Zeitschriftenabos anbietet und ich sage zu Ihnen, sobald Sie mein Angebot kritisch geprüft haben, können Sie frei entscheiden, wann Sie ein Probeabo buchen. So, hier haben wir zwei Implikationen. A. Ich gehe davon aus, dass der Kunde mein Angebot grundsätzlich bereit ist zu prüfen. Und B. Die freie Entscheidung für das Probeabo bezieht sich nur auf das Wann und nicht mehr auf das Ob überhaupt. Übrigens, wie würde es Ihnen denn gefallen, wenn Sie alle zwei Wochen von mir einen neuen Podcast mit hochinteressanten Themen bekommen? Achtung, Implikationen. Wie würde es Ihnen gefallen, bedeutet, es gefällt Ihnen grundsätzlich. Zusammenfassend kann man sagen, dass in allen Beispielen zu der Präsupposition das Bewusstsein denkt, es wäre völlig frei zu entscheiden, während das Unterbewusstsein genau das tut, was verlangt wird. Untertitelung des ZDF, 2020